was geht ab leute herzlich willkommen zu einem neuen video sender steve ist auch dabei wir fahren zur valley of hope gerade und haben uns entschieden spontan mit dem bike zu fahren jetzt kommt ein steiler anstieg hier und ja wir nehmen uns heute mit wir waren lange nicht mehr da das letzte mal noch mit der alten gopro und mit keinerlei erfahrung wo ich muss jetzt absteigen jetzt wir fahren heute noch mal hin und gucken was jetzt nach einem monat möglich ja wie fühlst du dich denn nach einem monat biken jetzt profi profi naja aber ich muss sagen die fortschritte kamen schneller als ich dachte es gibt allerdings immer mal wieder so ein paar sachen die nicht so gut funktionieren und irgendwie hat sich dann herausgestellt früher fand ich so dachte ich so also downhill das so richtig geil und dann letztens immer eine downhill line hier gefahren dachte bro sich so oder das ist richtig geil und ich dachte mir so so wir sehen gleich auf der höhe hier vom berg und dann können wir wieder fahren neun minuten sagt das navi noch ich melde mich dann gleich wenn wir da sind okay den letzten bis in die Landung ziehen, dann bin ich schon happy. Also ich muss mal sagen, dass das vom Feeling her ist das andere Nummer als Nussbaum. Ich trau mich nicht den ganz abzuziehen, Alter. Also wenn man das so anfährt, denkst du, es geht, aber ich muss noch ein bisschen reinkommen auf die anderen, aber ich gucke es doch mal. Nur das Stück einfach probieren, vielleicht. Ja, nur den ersten Sprung. Langsam einfach. Die zweite Line fast gecleared. Hier ist der Speed, Alter. Nee, war zu schnell hier. Aber klar, für die großen Lines brauchst du halt auch übel Speed. Ja, das fehlt nicht viel. Ich habe mir gerade so ein Köttelchen dabei in die Hose gemacht, weil das so ganz komisch sich angefühlt hat. Den ersten verkackt. Leute, also ich muss sagen, dafür, dass ich mich heute echt unsicher gefühlt habe, ist bisher alles okay. Eine neue Line hier geschafft. Ja, Drops muss ich üben. Was geht ab, Leute? Es war ein geiler Tag mit meinem Bro Steve hier in der Valley of Hope. Und ihr habt ja gesehen, der Clip vom Anfang war genau ungefähr vor einem Monat. Erstmal hat sich das Wetter verändert und auch, wie wir das Ganze gefahren sind, hat sich verändert. Natürlich war da noch die alte GoPro, die Hero 5 von der Tuba am Start. Und jetzt haben wir die Hero 8 Black am Start und das ist schon mal noch eine ganz andere Nummer. Aber auch, wie ich mich auf dem Fahrrad fühle, ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Und ich bin echt verblüfft, ja, wie schnell das ging, wie schnell ich Fortschritte gemacht habe. Und ich werde noch ein zweites Video dazu machen, wo ich hier meine Home Trails bei mir zu Hause fahre. Und da fahre ich sogar auch die Strecke, wo ich damals mit dem Hardtail angefangen habe. Da gibt es gar keine richtigen Videos, aber ein paar Stories gibt es dazu. Und diese Instagram-Stories, habt ihr hier gerade gesehen, das war eine Katastrophe. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es war wie Tag und Nacht. Wenn ich mich heute auf meinen Talk stelle, ist es einfach ein ganz, ganz anderes Feeling. Und ich bin mega happy, einfach dieses Hobby hier für mich entdeckt zu haben. Und das auch noch gemeinsam mit Steve zusammen zu teilen. Und dann auch so Leute wie den Marvin kennengelernt zu haben. Das war einfach eine mega, mega geile Sache. Und ich freue mich sehr, sehr darauf, was noch alles kommt. Was gemeinsam wir erleben werden. Und was für Orte wir vielleicht sogar sehen werden mit unserem Fahrrad zusammen. Jetzt steht für mich natürlich auf dem Plan, besser werden, besser werden, besser werden. Ich bin sehr gespannt, was der zweite Monat mir bringen wird. Was für neue Sachen ich lernen werde. Ob vielleicht im Laufe des nächsten Monats schon irgendwann Bikeparks offen haben. Da bin ich mal richtig gespannt. Ich werde auf jeden Fall dieses Wochenende den Bikepark in Attendorn abchecken gehen. Wenn das Wetter es zulässt. Weil wenn da mega Pfützen vor den Jumps sind, dann macht das Ganze ja keinen Sinn. Aber dann werde ich das Ganze mal abchecken. Es gibt ein paar Videos hier auf YouTube, aber keine richtigen irgendwie. Und ich werde euch das Ganze auf jeden Fall zeigen. Deswegen lasst euch nichts entgehen. Lasst gerne ein Abo da. Es würde mich mega freuen. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und schaut auch mal auf Instagram vorbei. DanielDaya.mtb Da haben wir schon eine relativ coole Community. Obwohl das noch alles so frisch ist. Ich freue mich sehr darauf, was noch folgt, Leute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jetzt. Musik 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 Vielen Dank.